Remedy Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen Alan Wake. Ich habe das einmal ganz kurz angezockt, aber wir fangen natürlich mit einem neuen Spiel an auf normal. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So, yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail, and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. Episode 1, Nightmare. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. 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 Ich musste nach der Lighthouse gehen. Ich wusste, dass da etwas wichtiges war, wundervollt mich da. Die Brücke hat sich verlassen. Ich muss nach der Lighthouse finden, nach der Lighthouse. Alles sehr dubios hier. Dunkel, wir können nicht über die Brücke. Ja, wir müssen hier lang. Und hier fehlt ein Mann. Wer wird denn vermisst? Ich kann leider nicht ranzoomen. Und hier geht es zum Cove Point, zum Lighthouse. Hiking Trail. Ja, dann gehen wir mal los. Hier, Alan Wake, The Sun Stop. Wir sind anscheinend also immer noch in Alans Träumen. Und da hinten, oh mein Gott, da hinten ist der Hitchhiker. What? Aha! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Wow, wow, wow. Runter, runter, runter. Lauf! Drüber, drüber, jawohl. Oh Gott. Was? I can dodge enemy textpress, shift in, okay. Wow. Ich gehe hier durch. Super, jetzt muss ich dem ausweichen hier. Los, lass mich da durch. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. How does it feel to die by the hands of Europe, please? What? Oh Gott. Lauf. Lighthouse. Da lang, da lang. Schnell über die Brücke. Lauf. Wer kann nicht mehr? Okay, hier hilft uns jemand. Gerade so. Oh Gott, er kommt. Oh Gott, er kommt. Oh Gott. Wow. Oh Gott. Wow. What the fuck? Ich gehe hier raus. Hier, den Kühlschrank. Im Kühlschrank kann ich mich auch nicht verstecken. Ja, wo denn raus? Aha! Nicht ins Licht, Alan! Okay. Im Licht sind wir also sicher. Und wir regenerieren. Follow my light. Whoa. 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 Wo? Da. Okay. E-Pickup. Brenne! Achso, mit Rechtsklick. Ah, okay. But it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. So... BAM! Now you'll die! BAM! Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on earth. Where it's Licht hat. Boosting the light with Rechtsklick blinds the enemies and burns the darkness away faster. Okay. So, reloading. So, der ist down. Müssen weiter. This is a bridge! Ah, nein. Okay. Wir müssen rennen. Ab ins Licht. Jetzt sind sie weg. E-Open. So, was haben wir hier? Flare Gun. Flare Gun und eine Flare Gun. Okay. So. Oh Gott, zwei noch. Drei. Oh. Wie laut. Alter, wie geil. Waffe nachladen. Go, 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 go. Okay. Hier sind wir wieder sicher. What? Okay, den können wir nicht besiegen. Lauf. Lauf. Wow, 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 wow. Oh my God, oh my God, oh my God. Jetzt kann er nicht mehr. Lauf schneller. Wir müssen da zum Licht. Oh my God, ich will mich nicht umdrehen. Aha. Lauf, 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 lauf. Ins Licht. Geschafft. Oh nein, wird das Licht ausgemacht. Er ist hier. Alter. Waffe. Waffe. Sch, Baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, Handsome. We're here. We're here. Welcome to Bright Falls. Oh, sehr schönes Dörfchen. Wahrscheinlich in Kanada. So ein Checkpoint gereached und fahren jetzt mit dem Boot in den Hafen. Bright Falls. Sehr schön. Wow. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy. Moments before he got eaten by a bear. Hi. 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 Hi.